So, hallo Freunde! Wir sind wieder unterwegs auf einer kleinen, kleinen Feierabendrunde. Es ist jetzt schon 16.30 Uhr ungefähr und bei dem schönen Wetter, haben wir gesagt, müssen wir einfach nochmal ein bisschen raus. Der Flo hat sowieso schulfrei und viel Zeit momentan, kann gut trainieren und geht jetzt dann auf Richtung Früllensee weiter, kommt einfach mit! Applaus 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 So, unser Ziel ist erreicht. Wir sind jetzt ganz heroben, oberhalb von der Steineralm. Ja, war wunderbar zum Raufradeln, bei besten Wetter, trockene Verhältnisse und jetzt gibt es einen Müsli-Riegel als Brotzeit und dann haben wir, genau, danke dir Flo, dann haben wir da ein wunderbares Panorama vor uns, ein bisschen unterhalb von uns die Steineralm und direkt vor uns wunderbar so... Mümpi, ja hier... Ja, jetzt sind wir hier am Einstieg von einem kleinen Trail. Die Sättel haben wir jetzt schon ein bisschen nach unten gestellt und da geht es jetzt Richtung Adelgas Inzell. Da vorne ist der Wegweiser und hier der Trail, der Einstieg in den Trail und der Flo legt gleich mal los. Ja, jetzt geht es. So, die Tour ist jetzt fast beendet. War eine richtig schöne Feierabendrunde mit einem schönen kleinen Trail mitten drinnen. Wow, und das bei diesem tollen tollen Wetter. Richtig super. Bei diesem Panorama hier möchten wir uns dann verabschieden von euch. Habt eine gute Zeit. Schaut so gut wie es geht, dass es rauskommt, trotz Corona-Krise. Und ja, hoffen wir, dass das bald überstanden ist. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.